Ja, hallo erstmal, ich bin der Neue auf diesem wunderschönen Kanal beim Takeru. Wir suchen immer noch einen Namen, das ist schon klar, aber für unsere Gruppe wird es wahrscheinlich auch so hinkommen. Aber erstmal zu meiner Persönlichkeit, ich selbst heiße Sazunaru mit dem Namen Sazu. Das ist die Abkürzung, Sazu, ne? Also für Sazunaru. Ja, zu mir selbst, ich werde auf diesem Kanal Let's Plays machen. Let's Plays in der Hinsicht aus dem Genre Horror, Psycho, Fantasy, vielleicht das ein oder andere Click-and-Point-Adventure, mitunter von Deadly wahrscheinlich die Games. Die Horror-Games werden sich wahrscheinlich auch die meisten, ich sage mal, wirklich gruseligen Games, beziehungsweise meiner Meinung nach gruseligen Games, fallen. Zu kleinen Informationen, ich werde hier in diesem Let's Plays keine Speedruns in der Hinsicht von wegen, wie alle anderen das immer allemal machen, so von wegen, wir rushen einfach mal durch und freuen uns uns ins Leben. Sondern ich werde einfach wahrscheinlich eher so, ja, ich werde so spielen, wie ich es gerne spielen mag, so wie ich es spielen werde und, ja, ne? Zu den anderen Games, Fantasy und so, wird wahrscheinlich einiges zusammenkommen, wie zum Beispiel die Final Fantasy-Teile, vielleicht auch selber scrollen, mal gucken, was es da alles da so anfinden wird. Und, ja, ich hoffe auf eure, auf eure, naja, ich sage mal, Unterstützung, eure, ja, Freundlichkeit, haha, nee. Kommentare könnt ihr jederzeit hinterwerfen oder jedem eigenen Video, was kommen wird. Jo, in diesem Sinne wünsche ich euch dann also viel Spaß bei meinen Videos in jeglicher Hinsicht und, ja, viel Spaß und bis denn, äh, Euer, 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 euer Let's Player auf diesem Kanal, der Sasu, Tillö.